Dieses hier angebotene Objekt befindet sich in Winnweiler. Die Immobilie wurde 1983 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über sieben Schlafzimmer, drei Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller sowie zwei Garagenparkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 220 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 277.000 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.